Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Heute sind wir alleine und heute wollen wir eine etwas andere Sache machen als Logistikpipes. Die letzten, ich glaube, vier oder fünf Folgen waren jetzt eigentlich nur Logistikpipes und ich hoffe, das ging ja nicht auf den Sack oder so. Aber das Lager ist jetzt soweit fertig, ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Wir werden zwar noch ein paar Sachen verändern, auch von den Sachen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Und dementsprechend so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das alles mit Fassaden verkleidet, ist natürlich so ein bisschen doof, weil die Steine teilweise eine andere Textur haben oder eine andere Helligkeit. Das ist bei den Fassaden von Buildcraft und NIO unterschiedlich. Die NIO-Dinger, bei denen ist alles easy, aber eben bei den Buildcraft-Teilen nicht so ganz. Und deswegen, ja, sieht das hier teilweise ein bisschen komisch aus. Ansonsten ist das Lager, das heißt, wir haben hier überall Kisten. Das sind hier immer acht, dann haben wir, ja gut, wir haben acht, 16, 24, 32, 46, 48, 48 Kisten, kann das hinkommen, ich glaube. Und ein paar davon sind die Mod-Kisten. Das heißt, hier haben wir die ganzen Mod-Items drin, ähnlich wie früher auch. Hier also Botania, da drüben gerade Mine Factory. Hier haben wir NIO und hier hinten, das sind dann praktisch alles Müllkisten. Können wir mal gucken, ob wir hier, genau, also hier sind praktisch alles Kisten, wie es eben davor auch schon war und wahrscheinlich auch bleiben wird. Dann haben wir da die Caches, die habt ihr auch schon gesehen. Das heißt, alle Items, die wir in Caches haben, die sind hier dann angeschlossen, genauso wie hier drüben. Und somit ist das jetzt alles so eigentlich schon ganz cool. Die Sachen haben wir natürlich an NIO angeschlossen. Das heißt, wir haben hier drüben, wir können mal ganz kurz nach Menge sortieren, wenn das geht. Genau, hier sind also unsere ganzen Items drin. In NIO, da sind alle Kisten dran angeschlossen. Und wir haben auch zusätzlich hier den Logistik-Pipes-Ding angeschlossen. Das heißt, wir haben hier auch alle Items drin und können damit praktisch auch Sachen machen. Aber ich habe immer noch das Crafting davon nicht so ganz verstanden. Denn ihr habt mich gefragt, wieso ich in der letzten Folge immer Items hier bestellt habe und bei NIO gecraftet habe. Der Grund dafür war, dass ich das Crafting hier irgendwie nicht so ganz verstanden habe. Also ich habe das hier gemacht und habe dann dann gedrückt und habe das dann irgendwie bestellt. Und jetzt hat der... Okay. Jetzt hat er mir hier Log geholt. Oh. Okay. Okay. Wenn das so funktioniert, dann wäre es wahrscheinlich sogar einfacher gewesen. Ja, ich habe einfach nicht ganz verstanden, wie das Lagersystem hier funktioniert. Ich habe zwar gesehen, dass immer dran standen, von wegen you're missing items. Und dann wusste ich eben nicht, was genau, also wie es weitergeht. Oder dass er die Sachen dann praktisch hier unten reinlegt. Aber gut. Weiß nicht, wie versteht. Kennt euch das nächste Mal auch hier drin Craften. Mit Autocrafting geht es auch weiter. Aber bevor wir Autocrafting machen, wollen wir diese Wand hier umbauen. Das war ja früher die Maschinenwand, wo hier diese riesige weiße Klott stand. Und deswegen ist es nicht mehr da. Deswegen können wir die Maschinen auch mal ein bisschen umbauen. Und was wir eben heute tun, das heißt, wir reißen die jetzt gerade erstmal alle weg. Und gucken uns danach an, wie wir die wieder aufstellen können. Außerdem würde ich super gerne die... Sorry. Painting machine und schleißen, schleißen. Das kann einfach mal weg. Würde ich die Maschinen gerne upgraden. Also bei Ender ist das ja nicht so schwer. Aber bei Thumbly Expansion würde ich gerne von allen die höchste Maschine haben. Und dementsprechend wäre das vielleicht mal ganz gut. So. Ich hole mal ganz kurz eine Kiste, wo ich die Sachen reinlegen kann. Denn ansonsten vergesse ich wahrscheinlich sehr schnell, was genau ich tun wollte. So, so, so. So, war das ein Double Toy Block und keine Maschine. Aber dann müssen das jetzt, glaube ich, alle gewesen sein. Okay. Wir gucken mal ganz kurz auch hier drin nach, nach Thermal Expansion. Und schauen, welche Maschinen, also welche Maschinen wir schon haben. Das ist ein Cache, eine Galactical, bla 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 bla. Nullifier brauchen wir nicht unbedingt. Redstone, Redstone und Pulverizer. Und dann haben wir sonst noch, ähm, nichts mehr. Tesseractal. Okay, ähm, genau. Es gibt da die verschiedenen Arten von Maschinen hier von Thumbly Expansion. Es gibt Basic, es gibt Hardenet, es gibt Reinforce und es gibt, äh, haben wir die irgendwo? Ne. Aber wir können einfach genau die Maschinenframes. Basic, Hardenet, Reinforce und Resonant. Und Resonant ist praktisch der Beste. Und dementsprechend sind die Maschinen auch am schnellsten. Beziehungsweise können mehr Energie speichern. Und werden auch für einige Altenum benötigt. Deswegen werden wir uns ja sie alle mal vorbereiten. Ich würde sagen, wir brauchen so fünf oder sechs Stück. Und das wird auf jeden Fall sehr toll, denn ihr kennt das Crafting für die Maschinenframes. Okay, machen wir einfach ganz kurz. Okay, Maschinenframes sind genau, oh, perfekt. Sind jetzt mittlerweile komplett fertig. Wir haben jetzt sechs Stück von unseren Resonant Maschinenframes. Da ist der sechste. Ich denke mal, den Rest dafür haben wir auch schon im System. Wenn nicht, dann, äh, haben wir gleich ein Problem. Oh, hat sich gereimt. Oh, Rapp Gott. Äh, wir fangen an mit dem Pulverizer. Das ist nämlich das Erste, was wir haben wollen. Dafür machen wir uns natürlich dieses wunderschöne Ding hier. Das heißt, wir haben hier einen Pulverizer mit Resonant. Okay, da ist unsere erste Maschine. Weiter geht es mit dem Redstone Furnace hier. Dann gehen wir auch gleich hier rüber. Gucken wir uns das Rezept dafür an. Was fehlt uns jetzt dafür? Ähm, uns fehlen Gears, ne? Aber die Gears haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Wahrscheinlich haben wir nur die, äh, falschen davon. Yes, genau. Machen wir das so. Und dann bauen wir noch die Coil. Kann sein, dass wir die nicht mehr haben. Doch, haben wir auch. Okay. Dann haben wir den Redstone Furnace in Resonant. Sehr gut. Danach geht es weiter mit dem Induktions-Meter. In, äh, Induktion. Dem Induktionsofen. Oder keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Ähm, aber ich glaube irgendwie sowas um den Dreh. Dann brauchen wir Inva, einen Eimer und die ganzen anderen Sachen. Inva haben wir auf jeden Fall auch. Das Problem ist wahrscheinlich nur, dass er hier, ähm, irgendwie eine andere Form benutzt von, also der, der kennt sich mit dem Orr-Dictionary nicht aus. Und deswegen nimmt er da ein anderes Inva-Gear als eigentlich angegeben. Dann haben wir den Induktions-Meter. Okay. Dann geht es weiter mit Magma Crucible. Das ist dieses wunderschöne Ding hier. Dafür bauen wir es wahrscheinlich auch wieder, genau. Inva-Gear. Wer hätte es gedacht? Ähm, dann zoomen wir ganz kurz. Inva-Gear. So, dann brauchen wir noch die Coil. Dass er diese Sachen hier nie richtig behalten kann, ne? Schon ein bisschen doof. Okay. Egal. Dann haben wir hier noch einen Nether Brick. Und wir haben, ups. Kann auch sein, dass er das deswegen nicht gemacht hat, ne? Weil ich wahrscheinlich einfach das falsche Rezept geklickt habe. Magma Crucible. Und zuletzt haben wir noch den Fluid Transposer. Diesen wunderschönen Ding hier. Und den können wir uns auch direkt bauen. Jetzt haben wir sogar noch einen Machine Frame übrig. Und ich weiß gar nicht, was wir mit dem jetzt genau machen. Es kann sein, dass wir den... Oh Mann, ich will immer Störungen A drücken, ne? Ähm. Aber geht in der Version leider auch noch nicht. Entweder benutzen wir den für eine Maschine, die wir... Ja, nicht von Thermal Expansion brauchen, sondern von irgendwas anderem. Ich glaube, von Thermal Expansion gibt es nicht mehr irgendeinen... Also gibt es nicht mehr wirklich was, das wir benutzen können. Cyclic Assembler, nein. Energy Infuser, nein. Pytonic Insulator, no. Ich glaube auch nicht. Ne, an sich gibt es wirklich keine Maschine mehr. Das heißt, wir könnten jetzt wirklich, ähm, vielleicht den Machine Frame hier benutzen, um uns... Ich weiß gar nicht, braucht man den für eine andere Mod? Ne, braucht man wirklich nur hier für, ne? Okay, das heißt, wir haben jetzt einen über. Also sollten wir uns... Machen wir uns eine Sommel, komm. Ähm. Eine Sommel brauchen wir, glaube ich, wenn wir... Ähm. Was war das denn nochmal? War der Bewutsch? Wir brauchen wieder die Coil. Craften wir es wieder von Hand. Ähm. Ich glaube, wir brauchen eine Sommel, um... Ähm. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welches Rezept das war. Für irgendein Rezept braucht man auf jeden Fall Sawdust. Und das war... Oh, nee. Egal. Warte, machen wir ganz kurz. Oh, verdammt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ähm. Genau. So, das. Wir gucken mal ganz kurz nach. Für irgendwas nämlich ziemlich Wichtiges brauchte man das. Ich weiß nur nicht mehr was. Genau. Beinahe Komposit. Okay. Das war das. Nicht unbedingt super wichtig, aber der hat auch schon relativ wichtig. So, komm schon. Gibt mir das jetzt echt nicht wieder so behindert, ne? So, warte. Dann machen wir das ganz einfach wieder. Kapar. Dann haben wir hier unsere Coil. Und wir brauchen noch Wood und unsere Axt. Kann auch sein, dass wir vielleicht sogar... Ähm. Kann das sein, dass wir das Falsche haben? Ne, haben wir nicht. Okay, gut. Dann haben wir jetzt unsere Maschine. Sechs Stück an der Zahl. Ich weiß nur noch gar nicht, wo wir die genau hinstellen. Denn an sich hätte ich schon wieder gerne so ein Mittelding wie davor. Aber natürlich nicht ganz so fett. Und ich hätte unser Terminal irgendwie lieber hier. Das heißt hier in der Mitte vom Raum. Als hier komplett hinten. Aber man kommt eben hier raus. und läuft dann immer komplett hier außen rum. Was irgendwie ein bisschen doof ist. Deswegen Terminal da wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und, ähm. Und der Rest? Ich weiß es gar nicht so recht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir kriegen auch bald übrigens neue Modifikationen dazu, wie es aussieht. Also, ähm. Da können wir wahrscheinlich auch noch gespannt sein. Warte mal, wir könnten gucken, ob wir das irgendwie hier in die Mitte reinmachen. Ähm. Momentus. Ich überlege mal ganz kurz was. Okay. Ich würde jetzt in etwa noch mal eine Art Kasten in die Mitte bauen. Ob das Ganze so bleibt, das wird sich natürlich noch zeigen. Wird wahrscheinlich auch, äh, sehr, ja, mit sehr sicherheit daraus raushoffen, dass wir das, äh, nochmal umbauen werden. Aber an die linke Seite, das heißt, hier drüben würde ich jetzt gerne die Maschinen von Thermal Expansion machen. Und zwar so aufgebaut, dass sie auch irgendwo Sinn ergibt. Das heißt, ähm, Fluid-Sposal und Magma-Küschel sollten natürlich beieinander stehen. Ähm. Das heißt, wir fangen einfach mal ganz rechts hier drüben an mit einem Pulverizer. Daneben kommt der Redstone-Furnace. Daneben der Induction-Smelter. Dann kommen jetzt Maschinen, die wir nicht so wichtig brauchen. Oder die es nicht so wichtig haben. Warte mal, wenn das jetzt so, wenn sich das so ausgeht, dann, äh, können wir das eigentlich auch alles ein bisschen nach drüben setzen, ne? Damit wir hier noch ein bisschen mehr, äh, Platz nach außen haben. So war die Redstone-Furnace, Induction-Smelter. Dann haben wir jetzt hier drüben die Sormel. Und auf der anderen Seite haben wir Magma-Küschel und Fluid-Transposer oben drüber. Das heißt, äh, wir können, na, genau so. Ähm, wir können jetzt praktisch die Sachen alle einzeln benutzen. Wir könnten sie aber auch, wenn wir sie wollten, zusammen benutzen. Und wir können diese beiden Dinger hier, wie Fluid-Transposer und Magma-Küschel, werden wir hier immer zusammen benutzen. Das heißt, ähm, das Ganze wird dann wahrscheinlich, äh, so aussehen. Das heißt, wir haben hier unten Output, hier oben ein Input. Und dann können wir das beides gleich auf die Art und Weise weitergeben. Ähm, außerdem könnten wir nach links einen Output machen. Das heißt, wir könnten hier noch ein Tankchen bauen, wenn wir das wollten. Ähm, brauchen wir für jetzt aber noch nicht. Deswegen werden wir das für jetzt auch noch nicht unbedingt machen. Ähm, wie schon gesagt, wir kriegen vielleicht neue Mods dazu. Das wird auch nicht mehr so lange dauern. Und, äh, das werden dann Mods wie zum Beispiel Mechanism und Bloodmagic sein. Von Mechanism kriegen wir natürlich einige, einige, ähm, Maschinen dazu. Und auch den Reaktor, den wir wahrscheinlich auch bauen werden. Deswegen, äh, ja, da wird sich dann auch noch ein bisschen was tun. So, ähm, machen wir hier drüben einfach mal genau dasselbe. Das heißt, wir fangen hier an mit Sackmill, würde ich sagen. Sackmill haben wir hier, genau. Sackmill, dann haben wir Alois Melder, dann haben wir Slice & Splice, dann haben wir Soulbinder und dann haben wir die Painting Machine. Obwohl, sollten wir, ne, lassen wir einfach so. Ähm, dann machen wir noch einen Wireless Charter, den machen wir einfach hier in die Mitte. Und dann sind wir damit alle schon fertig. Okay, das heißt, ähm, genau. Zu den anderen Sachen, Inventory Panel und Request Table werden hier hinkommen. Wir müssen nur gucken, ähm, dass wir das natürlich irgendwie verbinden können. Das heißt, äh, ja, hier drunter würde praktisch der Request Table hochkommen. Das würde dementsprechend dann so aussehen. Und, äh, auf der anderen Seite, ja, kommt dann praktisch NIO raus. NIO läuft ja zur Zeit hier rüber. Das heißt, das Kabel würde einfach, ähm, einen weiter hier rüber gehen. Also hier hoch. Und dann, äh, wären wir damit auch eigentlich soweit good to go. Ähm, jetzt haben wir hier einen Tesseract, der, gut, ich verstehe Peters System hier leider nicht. Ähm, der Tesseract bringt wahrscheinlich Netawarzen und Zombie Brains. Hauptversorgung, äh, genau. Der wird wahrscheinlich Netawarzen und Zombie Brains bekommen. Dieser hier hat Wasser und der hat Nutrient. Okay. Soweit so gut. Dann können wir das eigentlich auch gleich wieder so aufbauen, wie wir es haben wollen. Das heißt, äh, NIO Panel kommt jetzt gerade mal ganz kurz weg. Kommt dann dementsprechend hier drüben hin. Und der Rest, das heißt diese Leitungen hier, die wir ja dann theoretisch nicht mehr brauchen. Wir müssen jetzt so gucken, ähm, dass wir die nirgendwo hinführen lassen, wo sie vielleicht gebraucht werden. Aber ich glaube, die werden hier nirgendwo gebraucht. Genau. Dann können die Dinge nämlich auch mal weg, die Fassaden davon. So. Und hier war auch noch eine Fassade. Genau. Und der Rest geht dann praktisch einmal hier rüber und hier rüber. Da müssen da eigentlich auch schon Kabel liegen. Genau. Richtig. Okay. Gut. Und dann können wir die Kabel jetzt einfach wieder hier weiter entlanglegen. Das heißt, einmal hier unten entlang. Und dann hier nach oben. Und natürlich dementsprechend fehlt uns das ein Kabel. Könnte eigentlich fast nicht sein, oder? Ist der Weg wirklich länger? Scheinbar schon. Dann, äh, genau. Müssen wir das hier noch verbinden. Und, äh, Nutrient müssen wir natürlich auch noch irgendwie in die Versorgung hier mit einbauen. Das heißt, wir können jetzt erstmal das Inventory Pen hier dran anbauen. Ähm. Oh, das geht sogar hier. Krass. Eigentlich sollte das nur von der, äh, von der Seite gehen. Soviel ich weiß. Aber, hey. Ich beschwerbe mich nicht, wenn es funktioniert. Und deswegen können wir das ruhig so lassen. So. Hier haben wir hier normale, leider nur normale Flutkonduits. Weswegen wir, ähm, die Sachen nicht nach oben und nach unten leiten können. Der Peter hat dafür schon eine Lösung gemacht. Aber, wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir hier die ganzen Sachen verbinden können. Ähm. Der Unterschied ist praktisch, normale Flutkonduits verhalten sich wie richtige Schläuche. Das heißt, sie sind nicht unter Druck gesetzt. Und wenn man jetzt Flüssigkeit nach oben pumpen will, dann braucht man natürlich sehr viel Flüssigkeit damit, ähm, damit das geht. Aber irgendwann funktioniert das auch nicht mehr wegen dem Druck, der praktisch, äh, von oben da drauf drückt. Und dementsprechend ist Peter hier hingegangen und hat einfach an den höchsten Punkt, das ist dieser hier, ähm, einen Fluidtank gemacht mit Nutrients, sodass es praktisch nach unten läuft. Und dann haben wir das ganze Problem nicht mehr. Aber wir müssen natürlich unten trotzdem weiterhin die Nutrientversorgung hier aufbauen. Das heißt, ich würde das Ganze ganz, ganz gut mal einstellen und dann, äh, sehen wir uns gleich wieder. Und das Ganze sieht jetzt schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme liegen ein bisschen mehr als ein Tag oder nicht ein bisschen, naja, so knappen Tag ungefähr. Denn ich konnte gestern nicht mehr weiterspielen, weil diese komischen Deal-Eleks wieder angefangen hatten, die ich vor ein paar Wochen, paar Tagen schon hatte, eher Wochen. Ähm, das heißt, irgendwas, was ich gemacht habe, hat einfach ewig gedauert, wenn ich zum Beispiel dieses Hashtag Abschicken gemacht habe. Dann kam das 300 Stunden später und das hat gestern wieder angefangen. Und dann habe ich mein Spiel neu gestartet, dann ging es wieder ganz kurz, vielleicht 30 Sekunden danach hat das wieder angefangen. Und, äh, deswegen konnte ich das hier nicht zu Ende bauen und, äh, habe das halb dann eine Pause gemacht. Und, äh, dann war gestern Abend, äh, der Stream von Divitor und dann wird natürlich Sky gespielt. Wir haben sehr viele Sachen dort oben gemacht, auch mit dem Altar und so weiter. Aber ich habe natürlich auch dieses Ding hier fertig gebaut, denn wir mussten natürlich irgendwo unsere Maschinen haben. Deswegen sieht das jetzt so aus. Äh, es wird natürlich nicht so bleiben und ich glaube, ihr habt das Layout und sowas auch noch überhaupt nicht gesehen. Obwohl, doch, ich glaube, das Layout schon, aber den Rest nicht. Deswegen werde ich das nochmal ganz kurz zeigen. Hier, ihr seht, es fängt irgendwie schon wieder an, ne, aber nur so halb. Okay, ähm, genau. Hier ist eigentlich ein Watt, das sieht man gerade nur nicht. Also, hier ist eigentlich alles standardmäßig genauso geblieben wie davor. Ich habe nur hier oben drauf nochmal eine Vibrant Capacitor Bank gelegt, damit man praktisch noch Sachen aufladen kann und einen Wassertank, weil wir irgendwie sehr oft Wasser einmal brauchen und die hatten wir dann nicht. Dann, äh, genau, hier drüben die Nutrient Produktion, das heißt, wir hier, wir haben hier das Watt, das verschwindet hier immer, weil ich Multicore Rendering anhabe. Und, ähm, dann haben wir hier rechts den Taseract, der Wasser bringt, denn das Watt braucht Wasser, hier drüben im Input Tank. Ähm, dann haben wir hier die Hauptversorgung, die, ähm, einmal, äh, wie nennt es sich? Äh, warte mal, ich sollte das hier mal, na, steht schon auf Pullen, ne? Äh, okay, ähm, genau, die, die Hauptversorgung, die hier praktisch Zombie Brains und Neterwarzen reinbringt und hier drüben haben wir den Taseract, der Nutrient sendet. Das heißt, ähm, Nutrient, wo praktisch hier drin produziert, geht in die Line, geht einmal in den Taseract, der Nutrient sendet und direkt hier ins Inventory Panel. Und der Taseract, der Nutrient sendet, der steht dann dementsprechend auch nochmal oben, wo ich euch das gestern gezeigt habe, damit, äh, die Pressurized Tubes praktisch, äh, ausgeglichen werden, weil wir die sonst nicht haben würden. Ähm, gut, ansonsten, äh, hier ist, glaube ich, nichts mehr, sind nur noch Fassaden, jetzt fängt das wieder an. Ähm, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das hier bauen soll, also ich denke mal, das wird, ähm, würde, werde ich mit Peter dann irgendwie zusammen machen, weil Peter dann doch ein bisschen mehr, äh, Style-Gefühl hat, was hier reinpasst. Theoretisch würde ich auch irgendwas in Stein machen oder vielleicht so Holzsäulen oder sowas hier hin, aber ich bin mir eben dann noch nicht so ganz sicher. Also, ähm, man könnte irgendwie Oakwood benutzen. Außerdem würde ich, äh, super gerne die Sachen so lassen, wie sie jetzt sind. Man kann übrigens Wood mit einer Wrench drehen, was sehr cool ist. Das wusste der Peter nämlich nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ob es ihr wisst. Nein, warte, mit der geht's gar nicht, ne? Äh, jetzt blamiere ich mich. Mit welcher Wrench? Ach, nein, mit dem, ähm, äh, wie hieß das Ding? Wie, wie hieß das Ding, wie hieß das Ding, wie hieß das Ding? Wand? Ich glaube, es war ein Wand. Mit dem kann man das auf jeden Fall drehen. Na? Hallo? Als ob, lol. Normalerweise funktioniert das. Warum funktioniert sie jetzt nicht? Scheiße, okay. Egal. Dann kann man das... Aber das ging auf jeden Fall. Also, man konnte das mit einer, mit, mit einem Wand drehen. Und ich habe irgendeine Tower-Ax benutzt, aber das ist nicht unbedingt schlimm. Ging das mit hier was irgendwas? Nee. Hä? Okay, dann bin ich jetzt verwirrt. Ich weiß nur, dass ich mal, ähm, die ganze Zeit Holz gedreht habe, weil es ja Peter dabei war, um mich zu ärgern. Aber, vielleicht war das jetzt das Karma dafür, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Oh. Geht's hier? Ich gebe mich auf. Ja, hier funktioniert's. Hä? Ach so, ich hätte vielleicht auch... Oh, Mann, ich bin so blöd. Okay. Nevermind, sorry. Ich hätte vielleicht auch einfach auf die, äh, Richtung gucken sollen, wo ich hinter Holz drehen will. Aber wenn ich's nicht nach oben drehen kann, dann kann ich natürlich auch nicht nach oben gucken. Okay. Gut, dann hätten wir hier jetzt schon mal Holz drin. Ähm, die andere Sache ist jetzt, äh, Cobblestone natürlich nein. Aber vielleicht irgendwie gechiselt ein Cobblestone oder sowas. Da müssen wir ganz kurz gucken. Wir schauen uns mal eine Chisel an. So. Und Cobblestone, Stormbricks vielleicht auch noch. Das heißt, wir könnten uns die mal holen. Stormbricks. Obwohl Stormbricks halt sehr... Oh, okay, ein Stormbrick. Ähm. Na, Stormbricks würden halt absolut gar keinen Kontrast zu den anderen Sachen darstellen. Deswegen wäre das irgendwie nicht ganz so cool. Ähm. Da Cobblestone ist aber auch doof irgendwo, ne? Dann lieber doch sowas in die Richtung. Aber was davon ist halt so, ne? Hm. Also an sich finde ich das mit Holz schon ganz cool. Aber so Rustikal passt irgendwie halt... Passt auch nicht so ganz, ne? Wir hätten auch noch diese komischen Aura-Blocks. Wenn wir die benutzen könnten. Äh, hier. Aura-Blocks. Die sich praktisch immer wieder, ähm, anders färben. Also die verändern mit ihren Farben. So ein Rainbow-Style. Aber die fassen auch nicht so ganz, ne? Oh, Mann. Naja, ich weiß nicht genau, wie man diesen Chor, sag ich mal, bauen kann. Also wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt die super gerne in die Kommentare. Dann, lol. Achso, Minotauro. Ah, okay. Ich habe mich gewundert, warum die Achse reinkommt. Ja gut, aber wenn ihr Ideen habt, wie man das Ganze hier bauen könnte, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Denn, äh, ich war jetzt nicht so ganz. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall gucken. Okay, was wir noch gucken müssen, ist die nächste Folge von Minecraft Sky. Denn die gibt es hoffentlich morgen wieder, wenn das alles klappt. Und, äh, ansonsten, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vielen Dank für's so sehen. Tut mir leid für das bisschen Chaos, wenn da vielleicht was mit drin war. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns heute nächstes Mal wieder. Haut rein, habt dann nochmal einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020